Zellulite, Haarausfall und Übergewicht sind für mich die Folgen unserer modernen Ernährungs- und Lebensgewohnheiten. Ich selber habe vor über 30 Jahren jahrelang an einer Pollenallergie gelitten. Ich musste Cortison spritzen und habe dann in einem Artikel gelesen, das hängt mit Übersäuerung zusammen. Ich habe die Ernährung umgestellt und innerhalb von sechs Monaten bis heute habe ich nie mehr Pollenallergie gehabt und habe sogar noch abgenommen. Die Zellulite ist auch verschwunden. Die Body Reset ist ganz einfach, weil wir essen ja, wir trinken jeden Tag, wir duschen jeden Tag, wir bewegen uns und wir gehen einfach richtig bewegen, richtig essen, richtig kombinieren, die richtigen Getränke, die richtige Körperpflege und wir ersetzen einfach alles saure durch die Basis. Es gibt Body Reset Vitalprodukte und Body Reset Kosmetik, die einem in allen Bereichen hilft, für einen gesunden Darm, für die Hubpflege, um die Säuren schneller auszuleiten und so weiter. Die Produkte gibt es in jeder Body Reset Fachberatung und in jeder Weltbild Filiale. Die Produkte gibt es in jeder Weltbild Fall. Vielen Dank.